Heute Morgen wurde die Wiener Polizei um etwa 7 Uhr informiert. Die Angehörige einer 51-Jährigen hat sich hier Sorgen gemacht um ihre Tochter, die in Wien-Landstraße in einer Wohnung lebte. Polizisten sind sofort an die Adresse gefahren und haben dann unverzüglich hier die Erstmaßnahmen begonnen. Es kam dann zu einer Wohnungsöffnung der betroffenen Wohnung und in weiterer Folge wurde dann in der Wohnung der Leichnam einer 51-Jährigen und einer 13-Jährigen vorgefunden. Das Landeskriminalamt Wien, die Ermittlungsgruppe Leib und Leben, hat unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Es gibt hier derzeit eine große Tatortarbeit. Es wurde hier auch schon die Gerichtsmedizin informiert und in weiterer Folge wird es hier auch noch zu weiteren Ermittlungsschritten kommen. Aufgrund der Auffindungssituation ist derzeit der Ermittlungsstand der, dass von Fremdverschulden auszugehen ist. Die ersten Ermittlungen gehen in die Richtung, dass hier stumpfe Gewalt an den Opfern ausgeübt worden sein dürfte. Es wird derzeit in alle Richtungen ermittelt. Natürlich wird hier aber auch insbesondere das familiäre Umfeld berücksichtigt und in die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatortarbeit ist erst vor kurzem vom Tatort weggegangen. Nähere Details kann ich dazu nicht nennen. Nähere Familienverhältnisse sind auch noch Gegenstand der Ermittlungen. Das wird sich jetzt alles in den kommenden Tagen hoffentlich noch näher darstellen. Vielen Dank.